Guten Tag, mein Name ist Thorsten Schulz. Ich lese aus meinem neuen Roman Nielowski und ich beginne mit dem Anfang. Einmal, wir kannten uns ein paar Wochen, aber ich weiß nicht, ob wir da schon Freunde waren, stand ich mit Nielowski auf dem Bahndamm unter einer dieser Wolken, die vom Chemiewerk herüber kamen und grünlich-gelb von den Schwefelabgasen waren. Nielowski schloss die Augen und hielt das Gesicht nach oben, sodass für mich, der ich einen Kopf kleiner war als er, sein langer Hals noch länger und sein großer Adamsapfel, der bei jedem Schlucken eindrucksvoll hoch und runter ging, noch größer erschienen. Er atmete tief ein und sagte, du musst diesen Gestank, den nach faulen Eiern, richtig einsaugen musst du den und deine ganze Körperwärme, die ganze, die musst du zum Einsatz bringen und dem Schwefelwasserstoff, dem bleibt dann nichts anderes übrig, als zu Wasser und zu Schwefeldioxid zu verbrennen. Das ist gesund und gibt dir Kraft und riechen tut es dann auch nicht mehr. Ich staunte über Nielowskis Chemiekenntnisse, obwohl mir der Zusammenhang nicht logisch vorkam. Aber die Körperwärme wandte ich ein, ist die denn so groß? Die ist, wenn du willst, dass sie so groß ist, wenn du das unbedingt, wenn du das hundertprozentig willst, ist sie auch so groß. Das ist sie, verstehst du, wie ich das meine? Ein Lächeln zog über sein Gesicht und ich sagte, um seine Freude nicht zu stören, Ja, ich verstehe. Ich schloss ebenfalls die Augen, hielt das Gesicht nach oben und atmete die stinkende Luft so tief ein, dass ich heftig husten musste und mich fast übergeben hätte. Nielowski klopfte mir auf den Rücken und meinte, deine Körperwärme, die ist noch nicht groß genug, aber das macht nichts. Du hast es, wenigstens hast du es versucht. Ich öffnete die Augen und sah zu ihm hoch. Er lächelte mich an und sagte, komm, wir gehen ein Stück. Ich folgte ihm an den Gleisen entlang und er erklärte mir, dass man Schwefelwasserstoff aus Eisensulfid und Salzsäure herstellt und Eisensulfid nichts anderes sei, als ein Gemisch aus Eisenpulver und Schwefelpulver, das erhitzt werden muss, um zu Eisensulfid zu werden. Ich dachte, hoffentlich ist bei dem, was ich eingeatmet habe, nicht noch ein bisschen Salzsäure dabei gewesen. Unwillkürlich begann ich wieder zu husten und spuckte auf die Gleise, um die Salzsäure loszuwerden, während Nielowski weiter erklärte, dass dieser Schwefelwasserstoff zwar ziemlich giftig sei, aber gleichzeitig gut für die Blutdruckregelung. Wie geht denn das, fragte ich, Gift für die Blutdruckregelung. Und was hat man denn von geregeltem Blutdruck, wenn man tot ist? Das geht eben, sagte er, das ist Chemie ist das eben. Außerdem, warum soll man bei Gift, warum soll man da gleich tot sein? Jedenfalls du, du lebst doch auch noch und ich ebenfalls, ich sowieso. Und so soll es bleiben. Will ja noch heiraten, will ich. Und Kinder kriegen, also Zeugen, Kinder zeugen, damit du mich nicht falsch verstehst. Er hielt inne und plötzlich sagte er, pass auf, jetzt gleich, gleich kommt der 418er, jetzt kann wieder Geld gedruckt werden.